Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Parcours-Map. Ich bin jetzt in dieser schönen Lobby hier gespawnt, da kann ich auf Start gehen, da stehen die Regeln, aber leider nicht auf Deutsch. Ist aber eigentlich auch egal, hier der Ersteller. Nämlich, es gibt jetzt eine coole Parcours-Map mit besonderen Features in den Blöcken. Also nicht nur normal irgendwie geradeaus ein bisschen noch links-rechtspringen, sondern wir haben natürlich auch ein paar andere Block-Features dabei. Und ich kann jetzt hier gleich mal auf Start, da geht's zur Lobby zurück, mach ich mal nicht. Hier ist es Level 1, es gibt insgesamt 10 Level, nach den 10 Leveln gibt's auch noch Level, die ultra schwer sind. Aber jedenfalls ist die Map so aufgebaut, dass es halt erstmal easy anfängt, wie man hier schon gesehen hat. Also das ist echt noch, sag ich mal, im Noob-Bereich und es wird halt immer schwieriger, je weiter es nach vorne geht. Level 2 kommt jetzt hier und Help kann ich auch drücken. Was macht Help bitte? Hat es irgendwas verändert? Ich weiß nicht, ob es Blöcke hinzugefügt hat. Jedenfalls, schon mal zu Anfang, falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und der Sprung, der war doch jetzt mal richtig nice aus der 5 Perspektive. Und jetzt kann ich hier einfach so lagen und dann ins nächste Level. Ja, und das geht jetzt hier so weiter, Level 3. Moment, ich schaue mir jetzt mal hier so die Blöcke an und drücke jetzt mal auf den Knopf, auf Help. Hat er überhaupt was verändert? Ich glaube mal, der bringt gar nichts, der Knopf. Also, mir ist zumindest nichts aufgefallen. So, das sind wahrscheinlich Jampus-Blöcke. Dann muss ich da drauf oder auch nicht. Ich habe leider den ersten Fail geholt. So schwer darf das aber nicht sein. Hier kann ich ja eigentlich auch drauf. Ich glaube mal, da muss ich sogar hier lang. Waren da Barrier-Blocks, dass ich eben gefällt bin? Das kann gut sein. So, dann wieder hier auf den nächsten. Und ganz klassisch nochmal mit Speed hier runter ins vierte Level jetzt schon. Okay, das sieht hier schon ein bisschen komplizierter aus. Aber die Blöcke, die gehen auch noch klar. Also bisher gibt es nur Speed und Jump Boost. Und das war es halt. Speed ist halt echt immer... Moment, was bringt mir hier Speed, bitte? Bisschen schwieriger. Hier auf die Leitern einfach springen. Das hätte ich eigentlich auch ohne Speed geschafft, oder? Ich habe auch diesmal nicht auf Help gedrückt. Und jetzt hier das extra Block über mir. So, auf den Jump Boost. Und dann nach da oben. Und jetzt genau da durch, sodass ich es nach da unten schaffe. Ich hoffe mal, das schaffe ich auf Fast Try. Und ich habe es geschafft. Sehr schön, Leute. Was haben wir jetzt? Level 5. Enderperlen. Oh, ich habe... Ah, man bekommt hier einfach so Enderperlen. Sehr, sehr nice. Was ist, wenn ich auf Help drücke? Da passiert gar nichts. Jetzt... Gut, also... Irgendwie ist es... Ein Show, habe ich das Gefühl. Ah, Moment, doch. Auf Help ist was passiert. Hier kann ich einfach so rüberlaufen. Was? Okay, ich glaube mal, da hat sich doch immer so ganz leicht in den Leveln was verändert. Vielleicht jetzt halt hier komplett, aber in den anderen vielleicht so ein, zwei Blöcke. Und hier resetten sich immer wieder die Enderperlen. Kommen wir, dann kann ich gleich mal... Da rüber. Was war das für eine Animation? So, jetzt aber nochmal. Warum? Ich werfe die doch richtig. Moment, dann werfe ich die halt ein bisschen höher. Wie die Animation einfach aussieht. Okay, also das ist keine... Kein normaler Enderperlenwurf. So, jetzt nochmal. Also Leute, wenn man die jetzt normal ohne die andere Animation werfen würde, dann wird doch... Man wird doch bestimmt da vorne ankommen. So, jetzt nochmal. Ich prall aber da vorne an der Wand ab. So, dann werfe ich jetzt mal... Gut, die droppt ja schon ein bisschen nach unten. Aber das ist auf jeden Fall anders gemacht worden. Oh, jetzt habe ich keine mehr. Ich will doch da nicht einfach so rüberlaufen. So, komm, jetzt nochmal ein paar einsammeln. Und jetzt nochmal. Aber ich sterbe auf jeden Fall davor. Dann nehme ich doch mal wieder ein bisschen weiter nach unten. Ne, ich habe es nicht geschafft. Vielleicht darf ich jetzt auch mal ein paar mehr. Ja, das hat dann auch mal geklappt. Wie das aufgebaut war, war irgendwie so eine komische Animation, wie ich so baggend drüber geflogen bin. Habe ich schon mal gesehen. Normalerweise ist man halt instant da. Aber jetzt habe ich es geschafft. Level 6. Und diesmal gibt es auch kein Hilfeschild. Ja gut, endlich mal. Aber es sieht hier auch nicht so schwierig aus bisher. Oh, da bekomme ich nochmal Enderperlen, glaube ich. So, da bin ich aber gestorben. So, macht aber nichts. Bin ja gleich wieder da. Und jetzt mal schauen. Ja, bekomme ich wieder Enderperlen. Muss dann wahrscheinlich dahin teleportiert werden. Und dahin zur... Ne, Moment. Von da komme ich. Bloß nicht. Und dann da weiterspringen. Okay, das sieht doch schon mal ganz nice aus. Aber bitte nicht auf die roten Blöcke fliegen. Dann da lang. Und ich glaube mal, dann muss ich sogar jetzt durch die kleine Lücke durch. Und ich habe es geschafft. Ja, da habe ich durchgeworfen. Zum Beispiel jetzt, das meinte ich. Sonst wird man instant teleportiert. Aber das hat vorhin nicht so ganz gut geklappt. Und jetzt habe ich leider keine Enderperlen mehr. Es geht weiter ins siebte Level. Und was heißt das hier? Aha, eine Pickaxe. Also, gut. Wir brauchen also eine Spitzhacke. Wachen wir, ob ich die nicht vorher mitgenommen habe. Die kann einen Stein abbauen. Okay. Ich baue jetzt mal eher den Stein ab. Vielleicht brauche ich den noch. Also ein... Ah, okay. Da unten drunter ist ein Slime-Block. Oder ein Jumboos-Block. Aber der hat es mir ein bisschen ereinfacht, hier hochzuspringen. So, da ist auch noch ein Stein-Block. So ein Feature habe ich bisher eigentlich fast noch nicht so gesehen. Aber da ist jetzt ein Slime-Block gespawnt. Also, wo man hier so mit einer Spitzhacke noch was abbauen muss. Dann kann ich da hochspringen. Und das habe ich jetzt gebraucht, um hier rüber zu springen. Die Blöcke muss ich dann auch noch abbauen. So, oder theoretisch könnte ich sogar hier außenrum, Leute, ein bisschen cheaten. Hier dann hier die Wand durch. Ein bisschen noch Steine farmen. Ich bekomme die leider nicht zurück. Und warum sind hier so zwei andere Blöcke? Ist eigentlich egal. So Level 8, Help. Help haben wir hier wieder. Jetzt schaue ich mir nochmal die Map an. Was bekomme ich hier für eine Hilfe? Ah, vielleicht sind die zwei unteren Blöcke da noch gespawnt. Ich glaube mal, die waren vorher nicht da. So, und jetzt muss ich, glaube ich mal, da rüber springen. Also mit beiden Features. Ich habe es geschafft, aber... Moment, was passiert jetzt hier? Ich glaube, die zwei Blöcke waren vorher nicht da. Aber die schon noch. So, sonst hätte ich es so oder so nicht geschafft. Mir schwindel ich, Leute. Gleich mal ins nächste Level. Es soll endlich aufhören. So, Level 9. Aber ich drücke jetzt mal lieber nicht auf die Tipps. So, als nächstes haben wir... Okay, jetzt weiß ich, glaube ich, funktioniert das? Ja, es funktioniert wirklich. Ich muss jetzt hier der grünen Linie entlang fahren. Das sieht doch mal nice aus. So, nicht zu schnell. Nicht, dass ich hier noch runter fliege. Und da lang. So, da muss ich jetzt auf blaue Blöcke. Warum bin ich da jetzt gestorben, bitte? Na gut, dass ich da jetzt gestorben bin, das war mir klar. Weil ich die roten Blöcke berührt habe. Aber vorhin... So, jetzt hier nochmal ganz langsam rüber. Vielleicht war ich auf dem weißen Block. Durfte er nicht drauf. So, jetzt einfach mal ganz schnell. So, hier will ich runter. Ja, es hat geklappt. Und jetzt hier nochmal weiter. Na gut, jetzt einfach nach oben. Der Speedblock bringt mir eigentlich noch nicht mal irgendwas. Und dann habe ich das neunte Level auch geschafft. Jetzt kommt das zehnte. Also ohne Help natürlich das hier probieren. Also das soll anscheinend jetzt schon echt richtig schwierig sein. Aber die Sprünge sind auf jeden Fall auch noch cool gemacht. Wirklich nicht zu einfach, nicht zu schwierig. Hier muss ich dann da drauf. Und hier bekomme ich Schwebekraft. Okay, das heißt... So, nochmal direkt Schwebekraft. Und dann denke ich mal... Oh, da geht es nochmal durch. Da lang. Und dann drein. Und schwebe wieder nach unten. Ich glaube mal, das war es dann dazu. Suicide Box. Dann haben wir hier noch... Ja, danke. Game Mode. Explore the Map. Und dann können wir nochmal... Impossible, die Maps, die wirklich unmöglich sind, starten. Krass. Und da ist einfach eine Suicide Box, wo ich mich die ganze Zeit töten lassen kann. Ja. Game Mode 1 kann ich auch noch gehen. Und was? So sieht hier die Map aus. Okay, Leute. Ich wollte euch ganz kurz nochmal... Hier. Bin ich da richtig? Ja, ich bin richtig. Die Level von außen zeigen. Und aber auch nochmal die Impossible Level. Also krass. Was hier alles zu finden ist. Sogar ein Villager. Dorf, das einfach mal komplett schwebt. Und zwar genau hier. So. Und zwar Level 11. Ich springe jetzt einfach mal im Game Mode 1 entlang. So. Und die sind anscheinend echt unmöglich. Also nur wenn man ein Pro ist, schafft man hier die ein oder anderen Level. So. Da bin ich auch mal gespannt. Und jetzt habe ich schon das erste geschafft. Wow. Ich habe nicht gecheatet, Leute. So. Da geht es weiter. Und da ist das nächste Level. Also ich kann ja eigentlich auch direkt von hier auf das springen. Ja. Das geht ja eigentlich relativ schnell. Aber dass da wirklich nochmal so viele Level hintereinander kommen. Da bin ich jetzt gestorben. Das ist auf jeden Fall nice gemacht. Und das geht glaube ich mal gar nicht so einfach. Muss ich da vielleicht lang springen? Ne. Das geht nicht. Von hier müsste ich dann nach da oben springen. Das ist halt echt ein richtig mieser Sprung. So. Mit den paar Barrier Blocks. Ab hier würde es dann wieder gehen. So könnte man direkt auf die Leiter. Und immer so weiter. Also die sind doch schon um einiges anspruchsvoller als... Und da bin ich sogar direkt gestorben. Das ist doch ein Bug. Also zumindest als die anderen Level hier drauf. Und dann da nochmal schön rein. Ja. Und so wird es immer weiter. Gehen sogar noch mit Magma Blocks. Wie sieht das denn hier aus? Ich wundere mich. Wie weit geht es denn noch? Okay. Das Level ist echt nochmal richtig lange. Krass. Da vorne. Da könnte man oder musste man glaube ich nochmal Stein abbauen. Um hier nochmal mit einer Enderperle reinzugehen. Das wäre dann das letzte Level. Könnt ihr natürlich nochmal gerne für euch anschauen. Also falls ihr das mal ausprobieren wollt. Alles dazu ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. So wie natürlich Instagram, Snapchat. Falls ihr mir da noch nicht folgt. Könnt ihr das auch mal gerne machen. Und ansonsten. Falls ihr mehr von sowas sehen wollt. Lasst gerne mal ein Like da. Auch ein Abo. Falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten. Sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Haut rein und ciao.